Hallo Leute, habt ihr Lust auf ein neues Spiel? Pech, ihr bekommt eine Rocket League. Wir spielen Standard. Mal wieder. Das haben wir lange nicht mehr gespielt, habe ich gehört. Und das ist doch schön. Das ist doch schön. Ja, so ein Match. Ist ja nicht schlimm. Stehe ja 9-0. Also sollten wir das locker bekommen. Guck mal, die KI macht schon eine gute Vorlage. Bam! Schade, warte, ich muss die KI noch loben. Wow, guter Pass, guter Pass, guter Pass, KI. Die KI ist echt Beste. Nee, den lobe ich jetzt nicht, das ist keine KI. Ja, los, komm, Wolfmann. Uh, guter Schuss, Wolfmann. Oh, die KI. Ich mag ja die KI. Plopp. Oh, weil ich die kein bisschen berührt, aber egal. Die Gegner helfen uns. Ja, nicht so ganz, wie ich will, aber... Und, ach, war zu niedrig. Egal, wir haben ja noch eine... Genau, der hilft uns. Jetzt muss ich den nur noch reinkriegen. Bam! Na, nicht so ganz, aber... Vielleicht könnte ich den... Ah, nee, den bekomme ich nicht. Ja, ich hätte schon gerne jetzt... Komm schon, wir brauchen eine zweite... Äh, die zweite Mitspieler brauchen wir. Keine KI. Äh, die Musik gefällt mir nicht. So einfach ist das. Warte, ich ändere eben die Musik. Oh, die Musik kenne ich. Naja, egal. Die Musik ist ja cool. Oh, guck mal, die KI ist weg. Schade, ich wollte ihn noch ein bisschen mehr loben. Okay. Ach, Mist. Okay, jetzt kann der Kollege das bestimmt bekommen, oder? Ich will den ja nicht immer bekommen. Genau. So, und jetzt komme ich. Bam! Mist. Ah, der kommt jetzt. Ja, easy, easy. Was soll man dann noch machen? Ist dann locker easy hier. Locker easy. Weiter geht's. Ja, ich weiß, wir haben ein Tor gemacht. Bla, bla, bla. Ich bin das Schlechteste im Team. Juckt mich nicht. Jetzt komme ich nämlich. Daher nicht passen zum Drop, aber... Bam! Ja, ich bin schon gut dabei. Jetzt... Bam! Kann die Musik sich mal hier... ein bisschen schneller gelaufen. Danke. Aber schon ein bisschen... Mensch. Ich habe extra die coolen Songs rausgesucht. Okay, ich habe random Songs rausgesucht. Oh, oh, oh. Und, oh. Ja. Ja. Jetzt kommt der Drop. Ich komme jetzt ein bisschen zu spät. Oh, ihr habt das... Den Team... Die... 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 Teamwork! Yeah! Ja. Geil! Und eine letzte vom Gegnerischen Team. Okay. So, jetzt kommt... Bam! Ich... Na, ich war nicht erster, egal. Bam! Okay, jetzt kommt er. Das schaffen wir. Los! Nein! Dem komme ich, oder? Dem komme ich. Ah, Mist! Nein! Oh! Komm schon, komm schon! Schnell zurück, schnell zurück, schnell. Oh nein, 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 nein. Oh, zum Glück haben wir es geschafft. Ah, das ist gut. Das ist gut. Dem komme ich, oder? Hm, nein. Nein! Ich habe den nicht bekommen. Okay. Ah, mein Kollege ist ja noch da. Der ist doch nicht mehr da. Den bekomme ich. Easy. So. Oh nein. Das kann ich ein Torschuss werden. Nee, kein Torschuss. Nur ein Mittelfeldpass. Und, äh... Daher nicht drin. Er kommt ungünstig jetzt. Den könnte ich... Kann ich nur schlecht bekommen. Nein, nein. Oh, oh, oh. Ja, den hätte ich bekommen können. Vielleicht theoretisch. Hypothetisch. Aber ich war ja nicht da. Also, bam, Mist. Ich wollte die Kollegen weghauen. Äh, die Gegner. Gegner. So, locker, flockig auf die andere Seite gleich. Wenn ich hier bin. Bam. Und jetzt nochmal. Bam. Oh, damit... Outplayed. Mist. Ja, trotzdem war der Typ. Ja, langsam brauchen wir mal Punkte. Ich hole mir mal Boost. Und dann auch Shit. Ich dachte, der trifft. Na egal. Ey. Mist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist gut. Das geht ins Tor rein. Ja. Ja. Alter. Habt ihr das gesehen? Uh. Die können... Ja, warte. So, und nach rechts. Und dann kommt er noch. Gegner und haut den richtig fett rein. So richtig happy. Bam, bam, bam. Richtig nice. So, und los. Kommt schon. Komm nicht. Nee, doch nicht. Egal. Wir haben sowieso gewonnen. Oh, da. Ja, komm. Ich bringe den nicht mehr rein. Ich zeige doch. Ja, gewonnen. Easy. Also, ich weiß jetzt nicht, was da so schwer war. Aber dann können wir direkt zum nächsten springen. Nicht zum Game. Ja. Oh, im Gegnerteam war sogar ein Meister. Oh. Oh, oh. Ich bin ja ein Experte. So ein Meister kann ja eigentlich gar nichts. Hat man ja gerade gesehen. Oh. Na ne, nix. Meister kann nichts. Habe ich ja gerade. Ich habe ja gerade gegen den gewonnen. Ich habe noch nie gegen Meister verloren. Das ist ein Fakt. Und das stimmt sogar. Das ist ganz nice, finde ich. Das heißt, da kann man sagen, alle Meister spielen scheiße. Würde ich jetzt so sagen. So. Schön zu den Gegnern hin. So, welcher Song kommt denn jetzt? Oh Gott, was ist das denn für ein Low-Quality-Song? Mal sehen, den muss ich ändern. Okay, das hört sich schon besser an. Nicht so Low-Quality. Ach, Mist. Na, ich habe den noch ein bisschen. Ich habe den auf dieser Seite gelassen. Schal. Aber gerade kein Typ. Ja. Da aber jetzt. So, die dürfen jetzt nicht reinschießen. Ich komme. Bam. Okay. Dann komme ich auch. Na, nicht ganz so richtig gut. Okay. Die planen sich hier gerade selber aus. Oh. 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 Die schubsen mich gerade ein bisschen rum hier. Bin ich nicht so gut. Aber bekomme ich den? Nö. Doch. Ja. War ja nicht so gut, wie ich wollte. Egal. Oh. Der kommt gut. Der kommt gut. Der kommt gut. Ach, Mist. Hab den nicht ganz bekommen. Durch meine Technik. Jetzt müssen wir aber schnell zurück. Schnell zurück. Schnell. Sehr gut. Kann ich den können. Komm. Leider nicht. Parade bitte. Danke. Der hat einen Parade gemacht. So. Jetzt. Oh, oh, oh. Ja. Okay. Der hat den auf. Huch. Was war das denn für Schluss? Egal. Easy Tor, Alter. Geil. Ich hab noch null Punkte. Das ist auch eine Leistung. Das ist richtig nice. Null Punkte, Alter. Kein Problem. Ich muss ja gar nichts machen hier. Das ist ja langweilig schon, ne? Ich will in ein schwieriges Gamer kommen. Meister ist ja nicht schwierig, leider. Sind ja voll easy und so. So. Metalfeld passt. Jetzt hab ich meine Punkte. Die Punkte, die ich auch wollte. Dann hab ich verfehlt, den Ball. Genauso wie die anderen. Was machen die anderen Menschen von mir? Ja, genau. Ja. Lockerflockig. Schön. Genau. Den könnte ich vielleicht bekommen. Ach, Mist. Ah. Werde bekommen. Okay. Könnt ihr auch mal den Ball für mich da lassen? Also ich muss ja gar nichts machen. Kann ja AFK eigentlich rumstehen. Trotzdem gewinne ich. Was ist das denn für ein Kack? Scheiß-Game langweilig. Na egal. Puh. Immer nur gewinnen macht jetzt auch keinen Spaß. So easy peasy Gegner zu haben. Vielleicht kriege ich ja schwierigere Gegner, wenn ich Meister bin. So. Ja. Locker drin. Doch nicht. Schade. So. Ich bin mal mit dem Tor. Muss ich gar nicht sagen, weil der Ball schon direkt wieder da hinten ist. So. Und der ist drin, oder? Hm. Nö. Der ist nicht drin. Der ist schlecht. Der kommt schlecht. Genau. So. Dem könnte ich A. Nein. Nicht. Ich hab mich hauen. Hallo. Braucht mich nicht einfach. So. Ich stand gerade im Tor. Wusste ich gar nicht. Jetzt weiß ich's. Dass ich da gerade stand. Hm. Mist. Perfekte Parade. Solche Paraden mach ich doch gerne. Die mach ich nämlich öfters. So. Schnell wieder zurück. Weil da gleich meine Parade-Technik gleich wieder braucht wird. Bestimmt. Anscheinend wird doch nicht. So. Ah. Ne. Äh. Mist. Hab ich mich bekommen. Okay. Ich warte mal wieder ein bisschen in der Nähe des Tors. Okay. Dem komm ich. Der über mich gespielt, leider. Okay. Dem komm ich aber nicht. Oder? Nö. Den lass ich mal hier schließen. Damit die den bekommen. Oder auch nicht. Dann stehe ich mal wieder durch den Tor rum. Mach ne Glanzparade. So wie es sich gehört für mich. Denn ich mach hier die Glanzparade. Oh. Das war knapp. Aber kein Problem für mich. Ich hab irgendwie gedacht, dass das anders war. Und was ist das denn für ein Speedy? Ball. Ach. Ne. Bin ich zu spät abgesprungen. Bei dem Ball so im Sprung treffen. Egal. Der macht eine Parade. So. Dann. Ja genau. Perfekt. Dann kann ich hier gleich den Torschuss machen. Mist. Da gibt's hier Paranmeister. Torwärter genannt. Oh. Was sind wir jetzt für ein Song hier? Mist. Den hab ich nicht bekommen. Ach scheiße. Wollte ich den Turbo eigentlich mitnehmen. Mach den eigentlich auch. Dann passen ja alle Turbos. Egal. So. Sauber ins Tor rein. Also wir haben schon mal gewonnen. Das ist schon mal klar. Würde ich euch so sagen. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass die Gegner jetzt noch ein Tor bekommen. Ja. Guck. Jetzt haben wir die Gegner hier auf unsere Seite gelockt. Und jetzt ist da nur noch der Paranmeister da. Der kann ja. Kann da maßen nix. So. Der Ball ist nochmal gerettet. Ey. Können die mal aufhören mich zu rücken. Ja. Gewonnen. Toll. Hurra. Hey. Ja. Da würde ich sagen. Ja. Das war's dann. Für diese Folge. Rocket League. Wir sehen uns dann. Beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.